Rage Mode! Von wo ab müssen wir jetzt noch mal los? Rage das Zohr nieder! Rage das Zohr nieder! Rage das Zohr nieder! Rage das Zohr nieder! Oh Gott. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin halt wieder halbtot. Lass mal looten. Irgendwelche Kräse, hm? Wenn ich genug Kräse habe, dann kann ich mich einmal heilen. Kann das sein? Okay, warum sehe ich die jetzt? Alter, das war voll effektiv. Ein bisschen Kraut. Oben, oben, da oben. Okay, wieder voller Energy. Jetzt probieren wir den Scheißrad noch mal. Und rennen daneben. Erst zum Thema Überraschungsmoment. Ey, fick dich doch. Und der jetzt her. Wo kommst du? Wer von uns ist hier der Assasine, Alter? Ja. So. Da ist nur ein Brett, ne? Okay. Ich mach die Tür auf, aber ich renne raus. Was? Au, 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 au. Schlag ihre Schädel ein! Vergießt ihr Blut! Die Feiglinge versteckt sind hinter weiteren Mauern. Vorwärts! Was machst denn du da? Warum ist denn die Kirche geflohen? Ein Holzbein! Na dann! Blut! Oh, shit! Und da hinten ist doch noch irgendwo Blut. Oh, shit! Kämpft du mal kurz ohne mich weiter, Leute. Was ist das? Das geht anders, ne? Ich muss hier hoch. Das X markiert die Stelle. Okay, ich habe keinen Schimmer, wie ich da reinkommen soll. Kann ich mal einen Axtwurf verwunden? Nein, aber ich kann mit einem Pfeil drauf schießen. Was tut man nicht alles für... Kohle. Alter. Oh, noch im Schnee ausgerutscht. So, habt ihr mir noch ein paar Änderungen übrig gelassen? Was ist da oben? Sind das meine, oder? So, nichts nicht. Wisst ihr was? Was ist das? Jetzt geh schon zu Odinger. Na! Schmütze! Ha! Headshot! Enough! Wo kommen die denn jetzt wieder her, plötzlich von hinten? Warte. Weg hier. Was? Kein HP mehr. Auch nichts. Ich wollte eigentlich auf einen anderen schlagen. Egal. Ja! Wo? Ja! Wo? Ja! Ja! Schau! Arsch! Er ist die Tache! Du gehörst von dir! Du gehörst von dir! Rage move! Das, was wir finden nicht! Das, was wir finden, nicht! Das, was wir finden! Das, was wir finden nicht! Ja, 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 ja! Briefe? Ohne ihn jetzt gewesen zu haben? Warte mal, warte mal. Was? Was ist das? Oh, wir könnten auch unsere Waffen updaten. Warte mal, das ist die stärkere, ne? 45, dann gehen wir mal hier. Eisenstein. Verbessern. Können wir sowas im Kampf machen? Von mir aus. Aber jetzt habe ich nichts mehr zu verbessern. Zeig mal, was das Ding kann. Fällt schon vorher tot um? Gefällt. So. Jetzt reicht's. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst dich dort nur als Asche im Wind verlassen. Okay. Ich komme hoch. Zu dir. Ich komme hoch zu dir. Wo ist er hin? Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Den kriegen wir noch. Wie? Loot, loot, loot. Loot, loot. Zerbrochene Rüstung? Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rügia-Fylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Judom! Übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König! Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrex-Tadir einräumen. Sag ihm, wir kommen von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornir es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Schölin, ein andermal. Was? Was heißt das? 150 Meter ist ein was? Finden wir es raus. Oh, aber erst mal Fertigkeitspunkte vergeben. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, wir haben noch ein bisschen. Schleich-Angriff-Schaden. Eigentlich wäre das schon cool, ne? Weg des Wolfert. Verleiht allen Ausrüstungsgegenständen. Ist das jetzt nicht so interessant? Den Schleich-Angriff-Schaden kann ich aber auch hier ausbauen. Widerstand. Weg des Bären. Landwechsel. Alter, das brauche ich nicht. Kopfschuss-Schaden. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen mit dem Bogen weiter. Okay. Okay, Reittier. Kommen wir nach oben. Gar nicht mit dir, ne? Da vielleicht. Oh, nice. Hinterm Wasser fallen. Komm, wir probieren es. Zu zweit. Los! Oh, habe ich gerade mein Pferd gedreht? Tja, das war es dann wohl mit uns, ne? Müssen wir jetzt alleine klarkommen. Habe ich da irgendwie, ähm, eine Kränze mit dem Klettern? Ausdauertechnisch oder so? Ja, das sieht ganz gut aus, eigentlich bis dahin. Ja, ich musste jetzt unbedingt im Wasser klarkommen. Oh, da ist noch Müll. Wie bin ich hier? Gebiet nicht verfügbar. Ja, toll. Neue Fähigkeit. Das hat sich gelohnt. Wurf, Axt, Wut. Habe ich doch schon. Achso, hier. Y-Zone. Nice. Drücke schnell abwechseln, Q und linke Maustaste. Oder zwei. Cool. Hat sich doch noch nicht belohnt. Haben wir hier schon sowas? Nee. Wie konnte ich nochmal mein Pferd rufen, B? Nee, das war die Kapuze. Was auch immer die ist. Gab zum Schleichen. Ja, sorry fürs Wecken. Aber irgendwo hier in 1600. Geburtsrecht. Alter, muss ich jetzt dahinter oder wie? Nicht synchronisiert. Das sollte ich auch mal machen. Könnte ich mal... Wir haben jetzt hier... Haben wir nicht. Eine Schnellreisefunktion, wollte ich sagen. Mach mal... Mach mal das hier, ja? Komm, wie geht das? Da lang. Pferd rufen mit. Los geht's. Wie schnell das Pferd da war, ne? Da ist doch gar nichts. Heilige Kugel? Weg. Hä? Da ist das. Vor allem ist da was zum Futteren. Jetzt. Jetzt, wo ich's nicht mehr brauche. War das das? Nicht so schnell dahin? Tatsächlich. So, und da vorne ist Reichtum. Wie kommen wir da hin? Alter. Da müssen wir irgendwie einen Berg hoch. Und vor allem... Wo sind denn alle hin? Okay. Können wir das hier mal wegmachen? Was haben wir hier? Ich würde mal gerne... Da einen Marker setzen. Den hier haben wir synchronisiert. Bevor wir dahinter pacen, jetzt würde ich dann doch mal... Nee, komm, wir probieren mal dahin zu kommen. Da muss ich doch nur hier den Berg hoch... Oh, ein bisschen. Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Dżidziflu. Ja, komm, es ist anstrengend, aber du musst jetzt hier hochlaufen. Ich bin schon ein bisschen höher, ach, das geht auch schnell. Alter, was, ach nee, das ist der Wasserfall. Dach, was ist das jetzt da für ein Turm? So, wir schauen uns nochmal die Grafik an. Nett. Komm, auf, renn. Habe ich ja eigentlich auch mit dem Pferd hoch können? Los. Warum laufen? Warum laufen? Ey, Alter. Hüya. Schneller kannst du nicht? Oh, die Ausdauer auf dem Pferd geht runter, kann das sein? Ist das voller Galopp? Da kann ich ja fast... Was macht ihr da? Da kann ich ja fast doch noch den Schatz mitnehmen, aber ich will hier hoch. So, Pferd, jetzt bist du wieder überflüssig. Danke, ciao. Also, wenn ich so klettern könnte... Ey, der sollte mal bei Ninja Warrior mitmachen. Ninja Warrior changed name to Assassin's Creed Warrior. So. Jetzt müsste man doch mal langsam oben sein. Nee, ich bin noch so weit weg. Egal. Das gebe ich mir noch. Wenn es wirklich ist. I'm walking in the snow. Wölfe. Ist ja bald Weihnachten, ne? Sieht doch so ein bisschen... Ich befürchte, der kann nicht mehr. Ist doch mal lieber... Ja, jetzt könnte ich eigentlich wieder das Pferd holen, ne? Das ist schon irgendwie lame mit dem Pferd holen. Jetzt kann ich bestimmt wieder drei Meter reiten und kann wieder absteigen. Hey, Fuchs. Alter. Hey, Fuchs. Tut mir nix, dann tu ich euch nix. Jetzt. 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 Geht doch. So, jetzt können wir da absteigen. Ich bin mitten am Arsch der Welt, ne? Mitten im nichts. Jetzt. Äh. 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 Hier werden wir schon mal drassen. Die alten Götter sind tot. Aber unsere werden sterben. Nachdem das letzte Totenlied verklingt, berührt die Jemersknochen noch immer den Himmel. Was? Egal. Wie weiß meine Schuhe sind mittlerweile, ne? Angefroren. Einmal hier eine gute Strecke am Berg. Okay, wir haben's gleich. Kommt da jetzt. Ernsthaft? Ist das hier ne Touristenattraktion oder was? Grüß. Äh. Äh. Nice. Aber wir müssen noch ein paar Meter höher. Bloß nicht runterfallen. Ich habe gedacht, ich laufe einen Schritt zu weit. Sehe ich jetzt mehr auf der Map? Also, ja, okay, das sind die paar Dinger, die man hier sich noch abgreifen kann. Okay, dann würde ich beim nächsten Mal erstmal hier noch gucken, dass wir hier... Oh, da kommen wir ja auch nicht mehr hin. Da müssen wir mit dem Boot hinfahren. Wenigstens hier können wir noch eine Schnellreise machen. Ah, okay. Und zum Synchronisationspunkt kannst du im Prinzip auch immer reisen. Okay. Kapiert. Gut. Ich würde sagen, liebe Zocker-Launcher oder liebe Flo, wenn du der einzige Zuschauer bist, das war es für heute. Null Uhr. Aber wir jumpen noch, ne? Oh mein Gott. Da rein. Jo, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao. Aaaaaaahhhhhh. Aaaaaahhhhhh. Aaaaaahhhhh. Aaaaaahhhhh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017